Kein Mensch kann mir erzählen, dass er nach 30 Jahren mit derselben Person nicht zwischendurch mal eine Person gesehen hat, wo er dachte, es könnte spannend sein. Findest du es dann nicht komisch, dass ich dann mit deiner Freundin alleine in den Swingerclub gehe? Diese Frauenarztfantasie haben viele tatsächlich. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Menschen auf einem Haufen gesehen. Ganz viele nackte Körper, die irgendwie ineinander gesteckt haben. Hinter mir treffen sich heute Abend ungefähr 200 Menschen, um miteinander Sex zu haben. Und ich bin auch dabei. Das hier ist nämlich ein Swingerclub. Hier treffen sich sexuell aufgeschlossene Menschen, die gerne in Anwesenheit oder mit anderem Sex haben. Um herauszufinden, wie so eine Swingerparty genau abläuft und warum man sich für diesen Lifestyle entscheidet, treffe ich heute Menschen, die regelmäßig swingen gehen und werde selbst eine Nacht im Swingerclub verbringen. Ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. So, hallo, ich bin der Felix. Schönen guten Tag, ich bin der Stefan, herzlich willkommen. Hallo Stefan. Also du bist Swingerclub-Betreiber, kann man das sagen? Ich bin Eigentümer und Betreiber von dem Chateau Royale, hier im schönen Schmelzteil immer dran ist. Und sag mal, was ist ein Swingerclub denn eigentlich genau? Naja, es wird unterschieden zwischen klassischem Swingerclub und Paarclub. Wir sind ein reiner Paarclub, das heißt, wir arbeiten nur mit Paaren. Swingerclub klassischerweise hat HÜ, Harrenüberschussveranstaltungen. Das heißt, da gibt es Einzelherren, die explizit allein unterwegs sind. Hier bei uns haben nur Zutritt, Frau und Mann als Kombination. Worum geht es in einem Swingerclub? Die Menschen, die herkommen, die wollen natürlich Erotik erleben, Kopfkino, wollen sich vergnügen. Es geht schon um Sex eigentlich. Naja, klar, ich meine, wenn ich in den Schwimmbad gehe, will ich schwimmen gehen. Und wenn ich in den Club gehe, will ich natürlich auch sexuelle Aktivitäten erleben. Und das kannst du mir jetzt alles mal zeigen, also wie das hier genau abläuft? Ja, sehr gerne. Was für eine Veranstaltung ist das jetzt heute Abend? Ja, wir haben heute eine Veranstaltung speziell für junge Leute. Zielgruppe bis maximal 39. Und wieso bietest du so eine Veranstaltung an? Wir haben die breite Masse der Gesellschaft hier als Gäste. Wir haben eine U50-Party, wir haben eine Ü50-Party. Wir haben aber auch eine junge Generationen-Party. Die jungen Leute haben tatsächlich, ich sag mal das Wort, nicht wirklich Interesse, mit Älteren was zu machen. Deswegen sammeln die sich hier im jungen Alter. Und die jungen Veranstaltungen, ich sag mal, zahlen zwischen 300, 400 Anmeldungen, ist nicht untypisch. Das heißt, es sind große Menschenmassen, die hier vom jungen Alter her erscheinen, die das auch so wollen. Wie teuer ist so ein Eintritt hier? 75 Euro für den Donnerstag, 80 Euro für den Freitag und 105 Euro für den Samstag. Für ein Paar all inclusive. Hier kommen die Gäste an, hier wird einmal der Eintritt verrichtet und dann gehen wir weiter. Wir haben hier die Umkleideräume. Wir haben in der Summe 130 Spinde. Umkleide, also was heißt das genau? Die Gäste kommen in normalen Straßenbekleidung hier an und ziehen sich hier um. Und dann geht es um das Thema Dresscode. Grundsatzregel heißt, alles, womit ich einkaufen gehen kann, ist Straßenbekleidung. Ist dir nicht gewünscht. Wenn ich jetzt heute Abend bei der Party dabei bin, was sollte ich da vielleicht am besten anziehen? Ich würde dir empfehlen, ein schwarzes Shirt. Das ist natürlich der falsche Shirt jetzt. Das ist ein normales T-Shirt, was man so auf der Straße anziehen kann. Schwarze, eng anliegende Pens. Passt immer gut, bist ein junger Typ. Und dann passt Nikas unten drauf. Hier ist der Saunabereich. Hier ist die, sag mal so schön, Keramikabteilung. Wir gehen jetzt mal ins Erdgeschoss hoch. Wenn man dann jetzt hier ist, wo würde man dann als Gast als nächstes hingehen? Die Gäste gehen als erstes in den Barbereich. Dort kommen sie erst mal an, Getränk nehmen erst mal. Und dann holen wir sie ab, nach kurzer Zeit, 15 Minuten und führen sie einmal das Haus. Ich gehe mal vor in die Räumlichkeiten, dass man mal die Räumlichkeiten kennenlernt. Oh, wird auch wieder was dunkler hier. Jeder Raum hat so seine Idee. Verschiedene Lichtverhältnisse, verschiedene Liegemöglichkeiten. Hier sehen wir so klassischerweise einen Raum in der schönen großen Liegefläche. Vorsicht, diese Türe bewegt sich. Das war keine Verletzungen gekriegen hier. Ah, ganz anders hier. Was für Regeln gibt es eigentlich in so einem Swingerclub? Grundsatz gilt immer, alles kann, nichts muss und ein Nein ist immer ein Nein. Also das heißt, man muss auch keinen Sex haben hier im Club? Natürlich nicht. Niemand ist hier genötigt und gezwungen. Natürlich muss man keinen Sex haben. Es ist alles freiwillig hier. In der Summe haben wir acht Spielzimmer. Acht Spielzimmer, das ist echt riesig, ne? Ja, das sind fast 1000 Quadratmeter. So 900 Quadratmeter ist das Haus ausgewiesen. Ah krass, ein richtiger Kinosaal. Ja, tatsächlich ambientemäßig ein richtiges Kino. Ich bin kein Freund von dieser Art von Filmen. Es gibt Clubs in der Ecke, im Fernsehen, im Porno. Halte ich persönlich für reizende Überflutung. Die Gäste machen ja eigentlich die Animation. Aber wenn hier mal Disney-Film laufen würde, würde das auch keinen Sinn machen. Für diesen Raum ist es sehr wichtig. Das ist der einzige Raum, wo man für sich bleiben kann. Gerade so Einsteigerpaare, die sagen immer ein bisschen rumrennen, ein bisschen gucken, ein bisschen Kopfkino. Aber wir gehen jetzt hier rein, machen hier vor und konsequent zu. Zugezogen heißt, ich bin privat. Egal mit wie vielen Menschen oder mit meiner Frau alleine, kann ich mich wunderbar hier beschäftigen, ohne den Menschenmassen ausgesetzt zu werden. Ich treffe mich jetzt mit Mila und ihrem Freund Claudio, denn die beiden gehen regelmäßig swingen. Und die Mila wird mich heute Abend auch bei meinem ersten Clubbesuch begleiten. Und ich frage mich, warum die das eigentlich machen und vor allem auch, wie sich das auf deren Beziehung auswirkt. Hi. Hallo. Sag mal, wie lange geht ihr jetzt schon in Swingerclubs? Also ich schon deutlich länger als sie. Ja, bei mir sind es jetzt bald fünf Jahre. Okay, und bei dir? Ich bin seit 2016 aktiv in Clubs unterwegs. Wie seid ihr dazu gekommen? Für mich war es immer sowieso irgendwie, also ganze Eifersuchtthemen und so haben mich immer gestört. Und auch in der Beziehung habe ich dann immer gemerkt, dass das tatsächlich so ein Punkt ist. Nach meiner Ex habe ich dann, als ich sie kicken gelernt habe, direkt zu ihr gesagt, pass auf. Für mich ist das irgendwie naiv zu glauben, dass in dem Moment, wo du in der Beziehung bist, alle anderen unattraktiv sind. Und wenn du mit mir diese Welt entdecken willst, ist es cool. Wenn nicht, dann wird das schwierig zwischen uns. Und sie fand es interessant, weil sie auch so denkt. Und dementsprechend sind wir jetzt da unterwegs. Wollen wir uns hinsetzen? Ja, sehr gerne. Wie oft besucht ihr dann tatsächlich solche Swingerclubs? Also wir waren teilweise dreimal die Woche. Wie ist das dann? Führt ihr dann eine offene Beziehung? Es ist schon eine Art von offener Beziehung, weil wir ja nun mal auch andere Sexualpartner haben. Nur bei einer offenen Beziehung wird irgendwie reininterpretiert, dass jeder so sein eigenes Ding macht. Und das ist bei uns halt nicht der Fall. Es kann schon mal sein, dass jemand alleine auf ein Date geht, aber der andere wird immer mit einbezogen. Also es ist von Anfang an klar, dass jeder jeden kennenlernt und es definitiv auch bei jedem Date sein könnte, was ich zum Beispiel habe, dass er da einfach dabei ist. Da muss man mit rechnen. Das ist halt nun mal so. Wir sind ein Team. Wie ist das dann mit dem Thema Eifersucht? Ich habe Eifersucht irgendwann mal in Freude für sie umgetauscht einfach. Und wenn da so ein kleines Gefühl von Eifersucht ist, dann ist das aber, also zumindest bei mir ist das so, das reizt nochmal zusätzlich. Ich interpretiere Eifersucht nicht mehr als solche, sondern als Reiz. Am Anfang war das schon, dass ich eifersüchtig war. Es lag aber größtenteils an mir. Das waren Sachen, wo ich dachte, sie hat schönere Locken. Und wenn dann eine mit so einer Pracht ankommt und die sich auch super verstehen, ist das dann halt so ein Ding. Aber das hat nur was mit mir zu tun und nicht daran, dass ich es ihm nicht vom Herzen gönne, wenn er Spaß hat. Als ihr so das erste Mal in so einen Swinger-Club gegangen seid, war das dann irgendwie komisch für euch? Weil das ist ja schon so vielleicht eine andere Welt. Ich kam da rein, war direkt reizüberflutet. Da liefen mir direkt Leute in Dessous über den Weg und ich dachte so, wo bin ich hier? Und als ich dann auf der Tanzfläche neben mir den ersten Blowjob gesehen habe, war dann echt komplett vorbei. Der erste Eindruck ist krass. Da muss man sich schon drauf einlassen können. Das war halt direkt super cool zu sehen, wie die Leute über alles sprechen, ohne sich irgendwie die Hand vor den Mund zu halten. Die Leute sich eben auch in die Augen gucken, obwohl man total freizügig angezogen ist. Also dieses Normale dabei, das finde ich einfach so schön. Wir verbinden das gar nicht alles zwingend mit Sex, sondern einfach, also Erotik ist einfach viel, viel größer. Sex ist nur ein Teil der Erotik und das ist halt das Ding. In Swinger-Clubs geht es uns eher um die Erotik und nicht um den reinen Sex. Und wenn, vielleicht lernt man ja jemanden kennen, mit dem man sich dann noch trifft oder so. Oder vielleicht läuft auch direkt da was. Aber wir stellen uns gar nicht groß auf sowas ein. Wir gehen einfach hin, weil wir wissen, die Atmosphäre ist geil und was passiert, passiert. Okay, nächster Raum. Wir sehen ein Glitterzimmer, so ein bisschen Prison-Style. Wie ist das denn hier eigentlich mit dem Thema so Sicherheit auch der Gäste? Also gerade auch in Bezug so auf Belästigung. Es hat natürlich auch was mit dem Konzept zu tun. Wenn ich mit meinem Partner ausgehe, dann habe ich ja nicht vor Stress zu machen. Beim HÜ-Geschäft ist es was anderes. Da sind natürlich die Herren, die viel Eintritt bezahlen und natürlich auch ein Erlebnis haben wollen. Und die natürlich auch meinen, dass die Dame auch schon mal mehr Männer kann. Hier ist das Thema natürlich, es sind nur Paare. Ich habe hier in all den Jahren nicht einmal eine Schlägerei gehabt oder irgendwie lautstarke Diskussionen. Es ist, die Party-Fanstellung laufen alle sehr harmonisiert ab. Letzter Raum, auch ein sehr spannender Raum. Ihr seht dieses Schild hier, PT-Höhle. PT steht nicht für Petting, sondern für Partnertausch und tatsächlich für Paare mit Geschlechtsverkehr. In den Räumlichkeiten ist es immer sehr schwierig. Man weiß natürlich nicht, machen die Paare Partnertausch. Und es gibt Paare, für die ist es ein essentieller Bestandteil des Abends, dass man Partnertausch macht. Und dafür ist diese Höhle gedacht. Das heißt, wenn ich hier reingehe, weiß ich genau, die Paare, die drin sind, haben die gleiche Idee. Die Würden tauschen wollen, wenn es chemisch-biologisch passt. Wir können mal vorsichtig hier reingehen, das ist etwas dunkler. Man krabbelt also hier unten rein sozusagen. Man kann hier rumgehen. Hier gibt es jetzt so Löcher, da kann man durchgucken. Was natürlich spannend in diesem Bereich ist, das ist natürlich so ein Secure-Bereich, wo die Gäste sich für sich aufhalten. Es gibt Gästepaare, die mir erzählen, hier ist die meiste Traffic in diesem kleinen Schlauch. Weil alle zuschauen wollen, oder? Ja, nicht nur das. Hier geht natürlich auch die Formulei los. Man animiert sich mit dem, was da drin passiert. Aber hier geht es natürlich durch, um durchzugreifen, auch natürlich durchzuschauen oder sein Geschlechtsfall auch durchzustecken. Aber wie ist das so grundsätzlich mit dem Thema Geschlechtskrankheiten, gerade jetzt hier, wenn man hier irgendwie den Partner tauscht? Das ist natürlich ein Thema, man weiß, dass es Gefahren gibt. Das Thema Atlantik-Schwimmen, das man ertrinken kann, weiß man. Und trotzdem natürlich biete ich Kondome an. Aber ein Grundsatzrisiko bleibt natürlich, muss man einfach so sehen. Das ist ein Lebensrisiko in dieser Branche, die man auch dann in Kauf nehmen muss. Paterschaftlich macht das schon Sinn, wenn man sich schützt. Wenn man dann wirklich tauscht. Aber ich habe nochmal, viele tauschen ja gar nicht wirklich. Viele nehmen das ganze Konstrukt so als Animationsplattform für sich, für Sexualität. Und ich sage einfach mal ganz salopp, für eine gut funktionierte Paterschaft ist das eine wunderschöne Plattform hier. Einfach mal raus aus dem Alltagsleben und mal was anderes machen. Und vor allen Dingen, was auch sehr gut ist, man macht es gemeinsam. Keine Alleingänge. Da ist das Paar-Konzept natürlich für den Einstieg immer gut. Beeinflusst das Swingen denn irgendwie eure Sexualität oder eure Beziehung so im Alltag? Ich denke schon. Also wenn ich jetzt andere Swinger-Pärchen treffe, habe ich den Eindruck, dass die einfach deutlich mehr kommunizieren und deutlich glücklicher sind als eben manch andere Pärchen. Natürlich ist das jetzt nicht pauschal so sagbar, aber grundsätzlich ist es halt so, dass eben das ist dann das, was so Swingen ausmacht. Man kommuniziert ja seine Wünsche, seine Bedürfnisse. Und das ist halt auch eben das Schöne daran, man hat einfach eine ganz andere Offenheit dem Partner gegenüber. Habt ihr denn irgendwelche Regeln oder Grenzen? Wir haben keine ausgesprochenen Regeln, aber wir wissen beide, wo so unsere Grenzen sind. Es ist bei ein paar Leuten, war es bisher auf jeden Fall so, dass das Küssen ein Thema war. Tatsächlich fand ich bei manchen war Küssen intimer als der Geschlechtsakt so an sich. Also was halt ganz wichtig ist, dass man nicht eine Situation nimmt als Weltzusammenbruch und so, weil das tun ja viele so. So, boah, das ist jetzt passiert, jetzt geht gar nichts mehr, wir müssen uns jetzt trennen, ich muss meinen Hund verlassen, meinen Hamster verlassen und so. Weißt du, manche sind da einfach viel zu radikal. Ich glaube eben, dass das auch eigentlich eine ganz gute Sache ist, dass man sich dann wirklich hinsetzt und sagt so, okay, es ist nun mal jetzt passiert, aber wir sollten jetzt eben drüber reden, ob was daran nicht okay war und was wir eben beim nächsten Mal anders machen. Und nicht eben gleich immer eine Welt untergehen lassen. Möchtet ihr denn für immer Swingen oder denkt ihr, dass das nur so eine Phase ist? Du bist jetzt 20, 30 Jahre mit deinem Partner zusammen und natürlich kehrt da irgendwann mal so ein bisschen Routine ein. Und kein Mensch auf dieser Welt kann mir erzählen, dass er nach 30 Jahren mit derselben Person nicht zwischendurch mal eine Person gesehen hat, wo er dachte, es könnte spannend sein. Und genau diese Option trotzdem zu haben, das ist halt einfach das Geile daran. Jetzt gehen wir beide ja heute Abend in den Swinger Club. Was für ein Outfit trägt man dann da? Es sollte sexy und elegant sein. Und was ziehst du jetzt heute Abend an? Weißt du das schon? Ja, ich habe zwei Kleider rausgesucht. Also das werden schon mal meine Schuhe sein. Dann habe ich mir einmal das rausgesucht. Auch schon so ein bisschen durchsichtig, oder? Ja, es ist schon ein bisschen durchsichtig. Und ich habe quasi das Kleid dann nochmal in undurchsichtig, so in etwa. Ich habe halt einfach ein schwarzes Hemd und auch so eine schwarze, so ein bisschen, das geht in so eine Anzugshosenrichtung. Alles cool, passt. Ja, kann man alles tragen. Dann können wir uns eigentlich langsam schon auf den Weg machen. Zu einem erfüllten Sexleben gehört zwar nicht bei allen der Swinger Club Besuch, aber bei den meisten schon die Selbstbefriedigung. Dabei unterstützen kann euch Lelo, der Sponsor des heutigen Videos. Lelo macht nämlich super hochwertige Sextoys für Frauen und Männer. Zum Beispiel den Lelo Dot Kurs, ein Klitoris Vibrator, den man alleine mit dem Partner oder theoretisch auch im Swinger Club verwenden kann. Im Gegensatz zu anderen Vibratoren, die oft nur im Ganzen vibrieren, stimuliert der Lelo Dot mit seiner Infinite Loop Technologie gezielt einen bestimmten Punkt, ohne dass sich die Bewegung zu monoton anfühlt. Aber ihr könnt natürlich auch sämtliche andere erogene Zonen mit der Spitze des Geräts stimulieren. Der Lelo Dot Kurs verfügt über acht verschiedene einstellbare Modi, die ihr ganz nach euren Wünschen auswählen könnt. Außerdem ist er energiesparsam, wasserdicht und lässt sich einfach per USB aufladen. Den Link zum Lelo Dot Kurs findet ihr in der Videobeschreibung und mit dem Code TOMATO bekommt ihr da nochmal 25% Rabatt. Bei Lelo findet ihr darüber hinaus auch noch eine große Auswahl an weiteren innovativen Sextoys mit hochwertigem Design. Also schenkt euch selbst oder eurer Freundin einen Lelo Dot Kurs und bringt ein bisschen Abwechslung in euer Liebesleben. So, da sind wir beim Chateau Royale. Also wir sind jetzt schon ein bisschen früher da und ziehen uns einfach schon mal um. Dann schauen wir mal. Nehmen wir die Umkleide. So, umgezogen. Was würdest du sagen, kann man so Swinger Club? Ja, auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, was der Abend so bringt, würde ich sagen. So, dann Prost. Auf einen schönen Abend. Wie läuft das dann nachher genau ab? Wie kommt man dann so mit den Leuten in Kontakt? Es ist unterschiedlich. Beim Essen geht das meistens so von sich. Wenn man beim Essen sitzt, dann quatscht man. So im Barbereich ist das ganz oft so, dass es über Augenkontakt funktioniert. Also umso länger man Augenkontakt hält, umso eher signalisiert man, dass man Interesse zeigt. Und dann kommen die Leute schon von sich aus an. Hast du denn schon mal irgendwie negative Erfahrungen in einem Swinger Club gemacht? Mir wurde einmal auf den Arsch geklatscht. Ich und mein Partner haben dann direkt mit dem darüber geredet. Und das war dann auch so, oh ja, sorry, war irgendwie so aus dem ersten Effekt und war auch alles cool. Was ich mich auch gefragt habe, wann geht es denn da eigentlich so los? Also wann geht es zur Sache? Also am Anfang hat man schon das Gefühl, die Leute brauchen so eine kleine Eingewöhnungsphase, aber die dauert wirklich nicht lang. Also das geht bei manchen richtig schnell. Das fängt dann vielleicht sogar schon auf der Tanzfläche an und geht gar nicht erst in die Räumlichkeiten. Ist das so vergleichbar mit Clubs, in denen du schon warst? Ja, auf jeden Fall. Also der Raum jetzt vor allem ist halt perfekt, wenn man vielleicht so ein bisschen allein sein möchte, anderen aber noch zugucken möchte und so. Wie ist das bei euch? Also findet ihr das dann auch gut, wenn euch andere zuschauen? Also ich finde es ziemlich cool zuzuschauen. Und wenn mir jemand zuschaut, ist es mir eigentlich egal. Also ich habe jetzt persönlich nicht so viel davon, aber es stört mich jetzt auch nicht. Aber du selber schaust gerne? Ich schaue gerne zu, ja. Was gibt dir das? Ideen unter anderem. Und manchmal ist es auch schön. Es ist ästhetisch. Kommt natürlich auch immer darauf an. Aber ja, an sich mag ich es gerne, das Gesamtbild zu sehen. Vor allem direkt und nicht auf einem Bildschirm. Ja, der Stuhl darf ja auch nie fehlen. Den gibt es, glaube ich, wirklich in jedem Swingerclub. Hä? Und also warum? Frauenarzt. Okay. So diese Frauenarztfantasie von manchen Frauen haben viele tatsächlich. Die Beine sind ja dann hier und du kannst ja nicht wirklich viel machen. Das ist halt alles offen und dann halt einfach rumgespiele. Worauf freust du dich so heute bei der Party? Ich glaube, am meisten freue ich mich auf die Leute, auch weil es eine Young Party ist. Auf das Essen. Wie wichtig ist das Essen bei so einer Party? Das sagt sehr viel über den Club aus, finde ich persönlich. Also wenn die sich damit Mühe geben, dann legen die auch halt Wert auf, dass die Leute da ein allgemeines Wohlbefinden haben und nicht nur zum Geratter kommen. So, hallo. Ich bin der Felix. Hallo, ich bin der Charlie. Hallo Charlie. Schön, dass du da bist, mein Großer. Du bist der Koch hier, richtig? Der Chefkoch. Was gibt es denn heute Abend Schönes? Als Vorspeise haben wir heute eine Fischplatte. Salate ist natürlich klar, Tomate, Mozzarella. Da hinten haben wir die Käseplatte stehen. Wir haben hier so eine Spargelplatte stehen, wo die Mädels oder Jungs sich bedienen. An den Warmteilen haben wir hier vorne heute eine Lasagne, selbst kreierte Hacksteaks, Grillgemüse. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist das Essen in einem Swinger Club? Man sagt ja nicht umsonst, die Liebe geht durch den Magen. Beim Essen lernt man andere Menschen kennen. Das heißt, die Leute fühlen sich unheimlich wohl an diesem Speisesaal. Wir haben auch draußen noch Plätze, wo man sich hinsetzen kann. So lernen die Menschen sich hier kennen. Bist du selber eigentlich auch Swinger? Zu 100 Prozent. Was würdest du denn sagen, was macht das Swingerleben aus? Also was ist so das Besondere daran? Dieses Menschen kennenlernen. Natürlich habe ich viele, viele Menschen kennengelernt. Es gibt keine Gaststätten mehr oder Schade drum, wo man sich mal wieder unterhalten kann. Wo man einfach sich mal hinsetzen kann, ein bisschen tanzen kann, relaxen kann. Guck mal, wir machen heute Abend auf dem 7 Uhr, machen wir vielleicht Einlass. Es geht jetzt morgen früh um vier. Ja, wo haben wir da noch Möglichkeiten für acht, achteinhalb Stunden nochmal Party zu machen? Hier geht es immer um eine gute Party. Richtig. Die Party geht jetzt langsam los. Da dürfen wir leider nicht mehr filmen, weil viele Gäste einfach nicht gezeigt werden möchten. Ist ja verständlich. Aber wir werden euch später nochmal berichten, was alles so abgeht. Okay, die Party ist mittlerweile seit ein paar Stunden im Gange und es hat sich ganz gut gefüllt. Also es sind mittlerweile schon relativ viele Menschen da. Ich kann gar nicht einschätzen, wie viele das sind. Ich würde es schon sagen, dass es so jetzt mittlerweile an die 100 geht. Es ist echt ganz interessant. Es ist wirklich bunt gemischt, aber wirklich alles hauptsächlich junge Menschen. Alle schwarz gekleidet, teilweise schon ein bisschen freizügiger. Wir sind schon mit so ein paar Leuten irgendwie ins Gespräch gekommen und alle auf jeden Fall sehr locker. Wir haben jetzt erstmal angefangen mit ein bisschen was trinken, haben schon das Buffet ausgecheckt, hat der Charlie gut gekocht. Wir sind jetzt gerade schon mal so ein paar Runden gedreht durchs ganze Haus und haben schon mal so ein bisschen die einzelnen Räume ausgecheckt. Die ersten fangen schon an. Also ich habe schon im Pornokino den ersten Blowjob gesehen. Auch in diesem Raum, in dem so mehrere Ebenen verteilt sind, hat man schon von außen so ein bisschen Sexgeräusche gehört. Rhythmisches Klatschen. Und da haben wir auch mal kurz so ein bisschen reingeschaut und da waren dann auch schon so drei Pärchen zu Gange, die so ein bisschen parallel gespielt haben. Genau. Also ich finde es ein bisschen unangenehm, dann so in Räume reinzugehen, in denen gerade andere Leute Sex haben, weil da jetzt nicht so den Drang habe, irgendwie zuzugucken oder mich da irgendwie ein bisschen komisch mitfühle. Ich könnte mir das jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht so für mich vorstellen, irgendwie in so einem Raum Sex zu haben, wo dann die ganze Zeit irgendwelche Leute vorbeikommen und mal reingucken oder so. Aber so die Grundstimmung ist auf jeden Fall echt ziemlich gut, muss man sagen. Der Abend geht weiter. Es neigt sich langsam dem Ende. Ich bin schon ein bisschen müde. Was ich auf jeden Fall interessant fand, war, dass je später jetzt so der Abend geworden ist, desto mehr es passiert in den ganzen Räumen. Also ich habe auf jeden Fall einmal sehr viele Menschen auf einem Haufen gesehen, ganz viele nackte Körper, die irgendwie ineinander gesteckt haben. Das habe ich so noch nie gesehen, so live, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, also je häufiger man da mal so schauen geht, desto weniger komisch ist das dann irgendwie. Man gewöhnt sich halt dran, dass dann da irgendwo Leute gerade Sex haben. Wie war das jetzt so für dich? Hättest du dir heute vorstellen können, da vielleicht noch so ein bisschen intimer zu werden mit irgendwem? Also bei einem Pärchen wollte ich schon mal gerne mitgehen. Die fand ich echt cool. Aber ohne meinen Partner, ich weiß nicht. Das ist schon was anderes, muss ich sagen. Aber das fand ich auch ganz spannend. Also es waren auch einfach viele Menschen, die auch jetzt gar nicht so wild aktiv waren, sondern die einfach nur rumgesessen haben, einen Cocktail getrunken haben und einfach nur gequatscht haben und so. Ja, ich finde auch tatsächlich, oder ich mache es so, dass ich einen Swinger-Club-Besuch echt als Feiern gehen sehe. Und gar nicht so als, boah, da geht es jetzt zur Sache und den Rest ergibt sich so. Ja, das war mein Tag im Swinger-Club. Das war auf jeden Fall ein ganz schön wilder Dreh. Ich habe heute gelernt, dass es beim Swingen auf jeden Fall nicht nur um Sex geht, sondern ich habe eine Menge sehr lockerer, sexuell aufgeschlossener Menschen kennengelernt. Und natürlich kann man hier Sex haben und hier gab es auch eine Menge Sex, aber man kann auch einfach nur eine gute Party haben, sich mit Leuten unterhalten. Und ich habe mich hier auf jeden Fall wohl gefühlt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, mal ins Swinger-Club zu gehen. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.